Die 15 besten alten Handyspiele für Nostalgie. Okay, mal gucken, was da so kommt, Chad. Tinder. Das erste, was mir vorgeschlagen wird, ist Tinder. Android-digital.de listet Tinder unter die 15 besten Handyspiele für Nostalgie. Das Kreuzworträtsel der New York Times. Wie findet ihr dieses nostalgische Mobile Game? Das Kreuzworträtsel der New York Times. Lego Star Wars Schiffbrüchige. Aus dem Jahre 2021 die 15 besten alten Handyspiele für Nostalgie. Was ist das für eine Schmutz-Webseite? Hallo, ich bin Marc-André. Ich bin Gründer und Autor dieses Blogs. Ich bin auch zu finden bei Twitter. Marc-André-Freiheit. Da scheint die Botox-Spritze zu tief in der Stirn gewesen zu sein. Marc-André, danke auf jeden Fall für deinen Beitrag. Aber er ist sogar bei YouTube. Geräuschwaschmaschine. Geräuschlenkrad. 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 ... ... ... ...